Heute spielen wir den Clicker Simulator, aber Ben kontrolliert mich. Du darfst mir gehen, Leute, den Like, dass du hier abonnierst, den Kanal erfahren wir auch schon an. Ben, hörst du mich, okay? Wir spielen jetzt den Clicker Simulator. Hast du verstanden? Ben, nimm den Hörer wieder ab. Nimm den Hörer wieder ab, Ben. Ben, nimm den Hörer wieder ab, okay? Sollen wir jetzt erst mal den Daily Spin holen? Gut, okay, holen wir jetzt erst mal. Meinst du, wie bekommen wir daraus was Gutes raus? Ja, ich glaub, ja, ich glaub, das Oh-Oh sagt alles, okay? So, wir haben auf jeden Fall trotzdem, aber jetzt 3.180.000... Warte, warte, ich weiß nicht, ich mein 3.180. Äh, Kicks bekommen, Ben, ne? Ich weiß nicht, ob du's mitbekommen hast. Dann haben wir jetzt ein paar Clicks auf jeden Fall. Meinst du, wie sollst du das 2500er Earth Egg kaufen? Yes. Sollst du das 2500er Egg kaufen? Ja oder nein? Sag's jetzt. Äh, soll ich? Wie wär's da mit dem Basic Egg? Darf ich das kaufen? Darf ich? Yes. Gut, okay, wie viele davon soll ich 3 öffnen oder nur 1? Also 1, oder? Yes. Dann öffnen wir nur 1, leider Gottes. Also, wir bekommen aus demnächst mal eine Kitty. Das ist nicht so gut, da, ja? Kitty hat nämlich nur... Wie viel hat die eine Kitty, ne? Wie viel hat die Kitty-Benz? Die hat einen Kick mehr? Das ist echt kacke. Äh, darf ich Rebirth'n, Ben? Ja, darf ich Rebirth'n. Bitte, Ben, bitte. Meinst du, ich soll dann auf diese 5 Rebirths sparen, dass ich dann 5 mal Rebirth'n kann? Meinst du, ich soll dann auf die 5 Rebirths sparen oder nicht? Soll ich? Auf 10? Soll ich auf 10 Rebirths sparen, Ben? Okay, Ben, soll ich einen Hund hetschen, den ich Ben nennen soll? Soll ich? Soll ich einen Hund hetschen, den ich Ben nennen, Ben? Okay, soll ich dann aber das 2500er Egg öffnen? Was soll ich dann machen, der? Du sagst jetzt zu allem, was ich machen kann, no. Oh, was soll das? Du sagst, ich soll nicht Rebirth'n, ne? Du sagst, ich soll nicht Rebirth'n, oder? Oder sagst du doch, ich soll Rebirth'n? Soll ich Rebirth'n jetzt, oder nicht? Okay, dankeschön, Ben. Jetzt für 5 Rebirths oder für 1 Rebirth? 5, oder? Soll ich für 5 Rebirths oder nur für 1? Also, für 1. Okay, dann für Rebirth'n wir für 1. Ben, der, gönn doch mal. Was soll das? Oh, wir haben so viele Coins gerade gewastet wegen Ben. Das ist so schlimm. Ja, Ben hat's auch erkannt, dass wir die gewastet haben. Können wir 2 Eggs jetzt öffnen, Ben? Können wir 2 Eggs jetzt benutzen, Ben? Können wir 2 Eggs benutzen jetzt? 2 Eggs öffnen, meine ich. 2 Basic Eggs. Gute Kinder, öffnen wir erstmal 2 Basic Eggs. Wir bekommen das zum ersten Mal. Den Doggy. Ben, soll ich jetzt diesen Hund Ben nennen, obwohl er komplett anders aussieht als du? Oder den Wolf? Soll ich den Wolf Ben nennen? Den Hund? Soll ich den Hund Ben nennen? Und dann nennen wir erstmal den Hund Ben. Wir könnten erst mal beide. So. Ja, ich find das auch ziemlich witzig, Ben. Ben, ist es nicht mehr, oder was? Ist langweilig geworden. Ja. Ah, so schnell geht's also bei dir. So schnell geht's also bei dir, oder was? Okay, sollen wir für den nächsten Rebirth sparen? Nein. Nicht für den nächsten Rebirth. Für den 5er Rebirth? Nein. Hm, für den 10er Rebirth. Sollen wir für den 10er Rebirth, äh, ja, sparen, Ben. Ja. Okay, Ben, du bist, du bist, du bist, du bist ein Psychopath. Ich sag's so, wie es ist. Aber, Ben, ansonsten hätten wir nochmal dieses eine Ding. Dieses Ding mit den Codes. Wollen wir alle Codes benutzen? Bzw. Darf ich alle Codes benutzen, die es momentan noch gibt? Darf ich? Bruder, sag doch einfach. Also darf ich keine Codes benutzen? Ich darf Codes benutzen oder nein? Also darf ich Codes benutzen? Das ist ein E-Mail-Suppen-Mit. Dann dürfen wir leider keine Codes benutzen in dem Spiel. Können wir vielleicht das 3-Tag, ich mein 2500-Tag-F, wäre das möglich? Oh, danke schön, der, danke schön. Vielen lieben Dank, Ben, du bist so ein Ehre, Mann. Wir haben eine Maus bekommen, Ben. Ist das gut? Ist das gut, Ben? Na, hau, Maus ist gut. Okay, das ist gut zu wissen. Und die hat sogar mal sieben Equip-Tag, würde ich mal sagen, das ist wie die Kitty, oder? Du hast ja Katzen. Du hast ja Katzen, Ben, oder? Nicht, aber wie sollen die trotzdem dienen, oder? Also soll ich die behalten, aber anequipfen? Soll ich dann den Ben anequipfen? Den Wolf? Soll ich den Wolf anequipfen, Ben? Was soll ich mit der Maus machen? Darf ich die nicht equippen? Wie, no? Also soll ich gar keinen anequipfen, aber soll die Maus equippen? Soll ich das machen, oder was? Wie denkst du, funktioniert das? Bist du lost? Doch, anscheinend schon. Okay, wir gehen nochmal durch, okay, wir gehen nochmal durch, Ben. Anscheinend hast du das nicht kapiert, naja. Ich hab nur 3 Pet-Equip-Sorts, Ben. Ich hab keine 4, ich hab 3, okay? Deswegen, Ben. Soll ich jetzt die Kitty anequipfen, um die Maus zu equipen? Sag doch jetzt aber nur, ja oder nein. Also soll ich die equippen? Dann perfekt, okay, dann equippen wir erstmal die Maus. Soll ich die auch löschen? Soll ich die jetzt löschen? Gute Kinder, löschen wir erstmal die Kitty. Weil du hast jetzt Katzen, oder warst du gerade vorher getrollt? Magst du jetzt Katzen, oder hast du die? Magst du die? Sag mal, magst du die. Lachst du darüber, weil du so viele Katzen schon gefressen hast? Oh, okay, Ben. Ich wusste nicht, dass du so ein Katzenmensch bist. Wird ja auch ganz witzig. So, wollen wir noch ein weiteres Eck öffnen, direkt für die 10.000. Äh, ich mein für die 10.000, wie wir sparen. Noch ein weiteres Eck? Ben, noch ein weiteres Eck. Ben! Ben, sagst du jetzt noch ein weiteres Eck, oder nicht? Noch ein weiteres Eck, Ben! Tja, aber was ist dein verdammtes Problem, Ben? Sag doch jetzt. Soll ich mir jetzt ein weiteres Eck kaufen, oder nicht? Bro, also soll ich... Meinst du das 250er-Kick, äh, ja, Ding, oder meinst du das 2500er? Meinst du das 250er, oder? Dass ich das nicht öffnen soll. Du meinst das 250er, ich glaub, das soll dich nicht öffnen, oder? Okay, also soll ich das 2500er öffnen, oder? Ben, sag doch jetzt einfach nur ja oder nein. Was ist dein verdammtes Problem, ey? Soll ich jetzt das 2500er... 2500er, meine ich, Eck öffnen? Hm, also keines der unteren Ecks hier. Ich soll jetzt keines der unteren Ecks öffnen, Ben. Erst auf der zweiten Area, oder was? Darf ich erst auf der zweiten Area wieder Eck öffnen? Ben, darf ich erst auf der zweiten Area als Eck öffnen, oder was? Du bist echt miserunlos, weißt du das? Du lachst so der schlimm. Auf jeden Fall, du bist so ein Opfer, ich hasse dich, Ben. Ja, weißt du, Ben, ich muss jetzt hier... 17.620 Klicks sammeln, mit 28 Klicks pro Klick, und damit ich halt 10 Revers habe. Weil du mich nicht einfach so normal durchspindest. Warum bist du so ehrenlos? Hab ich dir was getan, oder was? Das werden wir uns vertragen, Ben. Das werden wir uns vertragen. Okay, Ben, was soll ich machen? Was soll ich machen, damit wir uns vertragen, endlich? Ich hab dir nichts getan. Du tust dir ganz so, als ob ich dir was getan hatte. Du sagst nicht mehr, was das Problem ist, ne? Du sagst dir ganz so, du bist ein Opfer und so. Oder was hab ich dir getan? Ich hab dir nichts getan. Du tust dir ganz so, als ob ich dir was getan habe. Ich hab dir aber legit nichts getan. Auf jeden Fall, Ben. Können wir vielleicht was von Rebirthship kaufen? Nee, können wir nicht, oder? Ich glaub nicht, ne? Nee, können wir nicht. Du hast recht. Double Jumps, können wir die kaufen? Auch. Wir müssen eigentlich jetzt weiterhin die Ecks kaufen. Das ist das Ding. Entweder Rebirth oder Ecks kaufen. Was sollen wir machen? Wollen wir uns den Fünfer Rebirth kaufen? Ja oder nein, Ben? Ja oder nein? Wollen wir uns jetzt den Fünfer Rebirth kaufen oder nicht, Ben? Gut, okay, komm, wir jetzt den Fünfer Rebirth. Wollen wir weiterhin... Obwohl, warte, warte. Ben, 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 Ben. Wir haben grad einfach mal einen richtig fetten Increase bekommen. Wollen wir jetzt den Zehner Rebirth kaufen? Bruh. Also, Ben, sollen wir nicht den Zehner Rebirth kaufen? Bruder, sag jetzt. Sollen wir oder nicht? Ben, du schuldest mir noch 100 Euro. Magst du mich deswegen nicht? Da ist nicht zu lachen, der. Ja, du schuldest mir immer noch 100 Euro. Da ist nicht zu lachen, der. Ja. Und deswegen hasst du mich. Ben, sag. Hast du mich deswegen? Ja. Ben, wir hätten das auch klären können, ne? Wir sind Homeboys. Wir können das auch klären. Du brauchst mich nicht zu hassen, weil du mir 100 Euro schuldest. Sag mir doch, du knapp bei Kasse bist oder sowas. Ich hätte das verstanden, Bruder. Ohne Probleme. Ja, du brauchst nicht zu earn, der. Bruder, Ben, ich hab's verstanden, okay? Ich hab's verstanden, dass du halt arm bist, ne? Weißt du, da kann man auch schwer was machen, ne? Keine Ahnung. Also, ich hab's verstanden, du hast so keine 100 Euro überhast, ne? Das ist okay, das ist okay, Ben. Das ist kein Problem, ne? Aber dafür brauchst du mich nicht zu hassen. Aber okay, Ben. Kann ich jetzt erstmal den nächsten 10er-Webuffen mir gönnen? Diesen hier? Wieso nicht, Ben? Wieso nicht, Ben? Wieso nicht? Ben, wieso nicht? Was hab ich dir getan? Ich hab doch gerade eben, ich dachte, das Problem wäre jetzt aus der Welt geschafft. Ist es nicht aus der Welt geschafft, oder was? Das Problem. Was gibt's denn sonst so für ein Problem? Du schuldest mir 100 Euro. Du schuldest mir 100 Euro. Und keine Ahnung, der. Hä? Ich hab dir gerade eben gesagt, du brauchst mir die nicht zahlen, Digga. Wir können das irgendwo anders verschieben, Digga. Früher oder später bekämpfe ich die zwar sowieso. Aber Digga, willst du die gar nicht zahlen, oder was? Die 100 Euro. Ben, wenn du mich jetzt rebirthen lässt, dann brauchst du die 100 Euro, um mir nicht mehr zu geben. Okay, darf ich jetzt rebirthen? Darf ich jetzt rebirthen? Denk nach. Darf ich jetzt mal 10 rebirthen? Also einen 10er-Rebirth machen. Darf ich das jetzt? Okay, Ben, dann bist du jetzt schuldenfrei. Ja, Bruder, ich bin auch sehr erfreulich, dass du lachen könntest darüber. Ach, meine, diese lustige Story. Ben ist immer noch am Lachen. So lustig ist das. Gut, Ben, wollen wir als nächstes erstmal nochmal den 10er-Rebirth kaufen? Ja. Dann hat er gesagt, warum wir jetzt erstmal den 10er-Rebirth, ne? Hm, okay, Ben, okay. Wenn du meinst. Guck, Ben und ich haben uns jetzt einfach versöhnt, Leute. Ben und ich sind wieder Homeboys. Hört ihr, wie er lacht? Wir sind Homeboys wieder. Ja. Guck, er sagt sogar yes, Leute. Wir sind Homeboys wieder. Was hast du gesagt, Ben? Ben, das war ein Witz, oder? Das war kein Witz. Das meintest du ernst, Ben. Ben, meintest du das gerade ernst? Ben, sprich mit mir. Meintest du das gerade ernst? Sag mir jetzt, meintest du das ernst? Hör auf mit dem Müll. Meintest du das jetzt ernst? Ben, ich meint es ernst. Das ist jetzt das erste Mal, was ich frage. Meintest du das jetzt ernst? Ben, du hast noch eine Chance. Ben, ich geb dir noch eine Chance. Wehe, du lachst weiterhin. Meintest du das jetzt ernst? Ben, ich sag dir so, wie es ist. Wenn du mir jetzt zum letzten Mal keine vernünftige Antwort gibst, schuldest du mir immer noch 100 Euro. Doch, doch. Wenn du mir keine vernünftige Antwort gibst, dann schuldest du mir 100 Euro. Hast du mich jetzt verarscht, oder nicht? Hast du mich jetzt verarscht? Yes. Okay, gut, Alter. Gut, alles gut, alles gut, okay. Bitte mach das nicht in Zukunft wieder, okay? Dankeschön, Dankeschön, Ben. Dankeschön für den Support. So, aber wollen wir uns jetzt mal den 10er Rebirth wieder kaufen? Oder was wollen wir jetzt jetzt... Nicht den 10er Rebirth. Dann als nächstes einen Double Jump. Äh, den 5er Rebirth? Den 1er Rebirth? Hö, das 2500 Egg? Also, willst du jetzt das 2500 Egg kaufen? Das 250 Egg? Ben, willst du das 250 Egg kaufen? Ben, willst du das 250 Egg kaufen? Antwort mir. Yes. Warum? Willst du, dass ich die Pet Correction durchsammle, oder was? Hä, also willst du einfach, dass ich random ein Egg öffne, oder was? Okay, Ben. Darf ich aber jetzt erst mal dich anequipten, also den Ben-Dog anequipten und löschen? Äh, yes. Okay, dann anequipten wir und löschen wir den erst mal. Weg mit dem, der. Ja, bitte, Boni. Äh. Ey, hast du gerade aufgeregt? Was soll das? Ben. Also, Ben. Darf ich jetzt das 2500 Egg kaufen? Äh. Du hast mir das 2500 Egg gekauft. Ey, Ben, was ist dein Problem? Sag doch jetzt einfach ja oder nein. Ben! Sag jetzt ja oder nein! Yes. Okay, gut. Dankeschön. Dankeschön. Yes. Wir haben einen Polarbeer bekommen, Ben. Darf ich den equipen? Yes. Okay, soll ich den Bunny anequip... Soll ich den Bunny anequipten, Ben? Yes. Okay, okay, darf ich den auch noch löschen, Ben? Yes. Dann löschen wir den auch erst mal, Ben. Weg mit dem Bunny. So, ja, mit dem Polarbeer. Darf ich als nächstes erst mal 10er Rebirth machen? Yes. Nice, dankeschön. Wollen wir dann erst jetzt erst mal uns das Rebirth-Pet hier kaufen? 400 Rebirths, das Earth Elemental Dog. Na, na, tack. Dann kaufen wir jetzt erst mal den Earth Elemental Dog. Darf ich den aber auch equipen? Yes. Oh! Darf ich den Wolf dafür löschen? No. Darf ich den aber anequip... Ben, ich darf aber dem Wolf anequip... Uh. Darf ich den Wolf anequipten, Ben? No. Die Maus? Oh. Soll ich die Maus löschen und anequipten, Ben? No. Wie wär's nur mit anequipten? Darf ich die nur anequipten? No. Den Polarbeer dann? Uh. Soll ich den Polarbeer dann anequip... Also, warte, Ben. Wir haben... Wir sind das gerade eben schon durchgegangen. Wir sind das vorhin schon durchgegangen. Du willst, dass ich ein Pet equipte, aber dass ich kein Pet anequipte. Aber das funktioniert nicht, Ben. Das funktioniert so nicht. Ich muss ein Pet anequipten, weil ich hab nur drei Pet-Slots. Du musst mir jetzt sagen, darf ich den Wolf anequip... No. Doch, so funktioniert das, Ben. Hör mir zu. Soll ich jetzt den Wolf anequip... No. Die Maus? Oh. Soll ich die Maus anequip... No. Den Polarbeer? Soll ich den Polarbeer anequip... Uh. Ben, sag jetzt. Soll ich den Polarbeer anequip... Ben. Soll ich den Polarbeer anequip... Yes. Ben, ich hasse dich jetzt wieder. Das ist schlimm. Aber dafür haben wir jetzt den Erfellamental Dog, ne? Sollen wir jetzt wieder rebirthen? No. Sollen wir den Double Jump... Nächsten Double Jump kaufen, Ben? Uh. Sollen wir den nächsten Double Jump kaufen, Ben? Uh. Ben, sollen wir den nächsten Double Jump kaufen? Ben, was soll das? Sollen wir den nächsten Double Jump jetzt kaufen, nur oder nicht? Yes. Okay, der Wolf ist jetzt mal als nächstes den nächsten Double Jump, ne? Darf ich aber jetzt auch rebirthen, endlich? Darf ich rebirthen? Die Zähne-Rebirth machen. Wollen wir jetzt jetzt mal nochmal 10 rebirthen, damit wir uns erstmal den nächsten Rebirth-Button kaufen können? Wollen wir das machen, Ben? Da haben wir das, Ben. Yeah. So, wollen wir das machen? Okay, dann machen wir das. Perfekt. Und ich würde sagen, kaufen wir uns jetzt mal den nächsten Rebirth-Button. Wie viel hat der denn? 50, ne? Ja, 50. Wollen wir jetzt nicht nochmal einen weiteren Elemental Dog kaufen, Ben? No. Kein Elemental Dog, also. Bist du dir sicher? Der kostet nicht viel. Und der ist ziemlich gut dafür, dass er nicht viel kostet. Yeah. Ja, das ist so, ne? Aber wollen wir den jetzt als nächstes kaufen? Bruder, warum gönnst du nicht? Bist du dir sicher, dass du dich gönnst? Also, bist du dir nicht sicher? Denkst du noch drüber nach? Okay, ich glaube, Thomas, noch ein bisschen Zeit dafür, um nachzudenken. Wollen wir in der Zwischenzeit, wenn du jetzt nur ein bisschen nachdenkst, bist du noch ein bisschen rebirthen? Digga, Ben, sag doch jetzt einfach ja oder nein. So schwer ist es doch nicht. Also, ach, komm, Digga. Also, wollen wir auf die nächste Insel? Ben, willst du, dass ich auf die nächste Insel gehe, oder was? Willst du jetzt, dass ich auf die nächste Insel gehe, oder nicht? Ben! Hör mir zu! Ben, hörst du mir zu! Hörst du mir zu, Ben? Yeah. Wollen wir uns das Sun-God-Egg kaufen? Ben, hör mir zu. Doch, hör mir zu, hör mir zu. Bist du dumm? Ben, bist du dumm? Yeah. Ja, merkt man. Doch, das merkt man. Deswegen, Ben, willst du einfach mal nicht dumm sein und mir das Sun-God-Egg immer eingönnen? Yeah. Oh mein Gott, danke, Ben. Danke, Ben. Vielen lieben Dank, ne? Oh mein Gott. Wir werden eine Basic-Bee bekommen, Ben. Die ist, äh... Oh, 14 Prozent. Selten. Ist gar nicht mal so häufig, ne? Nice. Okay, die macht 45, nur. Die ist gar nicht mal so gut, ne? Schade. Ben, äh, wollen wir vielleicht wieder rebirthen gehen? 50 Mal rebirthen? Wollen wir 50 Mal rebirthen gehen, Ben? 10 Rebirthen? 10 Mal rebirthen? Geht das? 5 Mal rebirthen. Willst du, dass wir nur 5 Mal rebirthen, Ben? Ben, ich hab dir gefragt, willst du, dass wir nur 5 Mal rebirthen? Einmal? Also was jetzt? Hast du mich verarscht? Ben, du hast mich jetzt verarscht, oder? Ben, denk mal drüber nach. Wie sollen wir rebirthen? Wenn du zu allen Möglichkeiten, wie man rebirthen kann, sagst, dass man nicht rebirthen soll. Was, Ben? Was ist dein Problem? Du hast kein Problem. Dann lass mich rebirthen. Lass mich 50 Mal rebirthen, Ben. Warte, du hast also die Zeit, währenddessen du mir telefonierst und mir sagst, ich soll nicht rebirthen, in den Chat zu schreiben, oder was? Was ist dein Problem? Doch, das bist du. Das ist ein Fake? Ben, ist das ein Fake? Also bist du es doch? Ben, bist du das jetzt im Chat, oder nicht? Also es ist ein Fake? Es ist kein Fake? Aber es ist ein Fake, oder was? Hä? Ben, bist du dumm? Ben, ich frag dich. Bist du mental eingeschränkt? Ben, können wir das nicht einfach jetzt vergessen und weitermachen? Das freut mich zu hören, Ben. Gut, okay, Ben. Äh, wollen wir uns jetzt mal den 50er rebirthen gönnen? Also, nee. Wollen wir uns den nicht gönnen, oder was? Den 10er aber? Ach, komm, Ben. Wir haben doch immer gerade geredet. Ich hab mich bei dir entschuldigt. Was willst du denn noch mehr? Ben, lass mich doch bitte jetzt einfach nur rebirthen. Es tut mir leid. Doch, es tut mir leid. Ich mein's ernst. Lass mich bitte einfach nur rebirthen. Bitte. Komm, bitte, Ben. Lass mich einfach rebirthen. Bitte, Ben. Komm schon, Ben. Bitte einfach nur rebirthen. Mal 50, rebirthen. Ich hab dir gesagt, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr machen. Ben, wir haben sogar ein random Gift bekommen. Warst du das? Ben, warst du das mit dem random Gift, oder was? Warst du das jetzt oder nicht? Ja. Also, also sind wir doch wieder Homies, oder was? Ben, sind wir wieder Homeboys? Ja. Sind wir wieder Homies, Ben? Ja. Sag's, Ben, sind wir wieder Homies? Aber trotzdem schenkst du ihm ja was, oder so. Du bist so ein Ehremann. Doch, das bist du. Das musst du. Also, du brauchst dich nicht verleihen. Verleihen. Du bist ein Ehremann, Ben. Ja. Ja, richtig. Du bist ein Ehremann. Und weil du ein Ehremann bist, lässt du mich jetzt auch rebirthen. Lass mich jetzt rebirthen, Ben. Du bist doch ein Ehremann, hab ich gedacht. Lass mich rebirthen. Ich glaub, Ben, du bist doch kein Ehremann. Ah, wieso lässt du mich nicht rebirthen? Ich will nur rebirthen. Dann will ich doch nicht, Ben. Ja. Ja, und lässt du mich jetzt? Lässt du mich jetzt rebirthen, Ben? Digga, Ben, was ist dein verdammtes Problem? Lass mich doch jetzt einfach rebirthen. Ben, ich hab mich entschuldigt. Okay, was soll ich machen? Lass mich jetzt rebirthen. Ja. Du lässt mich also jetzt rebirthen. Digga, wir machen die ganze Zeit so ein komisches Tam-Tam. Du schreibst die ganze Idee in den Chat. So, yes, 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 ja. Aber auf einmal so, jetzt nein oder was? Hä? Ja. Also, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt, dass ich rebirthen kann? Ja. Danke, Ben. Und das mussten wir alle die ganze Zeit durchgehen. So schlimm war das oder was? Es tut mir leid, Ben. Okay, können wir gleich nochmal ein 50er-Rebirth machen? Ja. Können wir ein 50er-Rebirth machen, Ben? Ben, können wir jetzt ein 50er-Rebirth machen gleich? Ben, hör auf damit, bitte. Können wir jetzt einfach gleich ein 50er-Rebirth machen? Bitte, Ben, hör einfach auf. Können wir vielleicht immerhin ein 10er-Rebirth machen? Yes. Okay, immerhin, immerhin. So, dürfen wir aber jetzt erstmal ein 50er machen? Ja, das ist möglich. Digga, Ben, das Spiel heißt Kicker-Simulator. Ich krieg mehr Klicks, wenn ich rebirthe. Wie soll ich irgendwie mehr Klicks und alles mögliche bekommen, wenn ich keine Pads öffnen darf? Ich kann mir keine Double-Jumps holen für mehr Multiplikatoren. Ich darf nicht rebirthen. Wie stellst du dir das vor, Ben? Du verbindest mir alles mögliche, was wir machen. Ja, jetzt lachst du oder was? Ben, darf ich mir erstmal das nächste Pad kaufen? Das nächste Earth-Elemental-Dog. Den nächsten Earth-Elemental-Dog. Den zweiten. Okay, dankeschön. Darf ich ihn auch equippen? Muss ich dafür die Maus rauswerfen? Oh, dankeschön, Ben. Jetzt hast du es endlich verstanden. Vielen lieben Dank. Ach ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, ne? Wollen wir es jetzt nochmal rebirthen, Ben? Wollen wir rebirthen, Ben, hab ich gefragt. Hallo, Ben. Wollen wir rebirthen? Ben, wollen wir rebirthen? Da-da-tacke, Ben. Ich glaub, wir können auch gleich erstmal den nächsten Dings der kaufen. Den nächsten Double-Jump. Der kostet 12 Millionen. Wollen wir für den nächsten Double-Jump sparen? Ben, wollen wir jetzt für den nächsten Double-Jump sparen? Ben, wollen wir für den nächsten Double-Jump sparen? Also sollen wir versuchen, mit zwei Double-Jumps das durchzuspielen, oder was? Sollen wir nur mit zwei Double-Jumps versuchen, das durchzuspielen? Hä? Also sollen wir auf der ersten Insel bleiben, auf der Anfangsinsel? Ja oder nein, Ben? Bruder, warum? Okay, Ben, darf ich aber rebirthen, nimmerhin? Ben, darf ich rebirthen? Ben, was ist dein Problem? Ben, lass mich doch einfach rebirthen, bitte. Dankeschön, Ben. Darf ich als nächstes erstmal, bitte, mir den nächsten Double-Jump kaufen? Dankeschön. Das sparen wir erstmal für die 12 Millionen, Ben. Dankeschön. So, aber Ben, ich sammle auch ganz schnell noch die 12 Millionen Klicks, ne? Das ist ein bisschen schwerer, als ich dachte. Ein bisschen schwerer, als ich dachte. Doch, doch, das ist schon ziemlich schwer, ne? Dauert ein bisschen. Lass mich noch ein bisschen klicken, ne? Doch, 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 ich muss klicken, sonst komme ich ja nicht weiter. Doch, Digga, ich kriege nicht Geld einfach aus dem Nichts, Ben. Bist du dumm? Stimmt, du bist ja dumm, sorry. Es tut mir leid, du bist dumm. Vergiss es. Ben, wollen wir nicht einfach zur Event-Area gehen? Ich bin jetzt schon bei der Event-Area. Lol, es gibt eine Event-Area. So, okay, Ben, wollen wir uns vielleicht dieses Eck hier kaufen für 100 Millionen? Ach, das ist schon ziemlich teuer. Ich glaube, wir können das nicht holen. Äh, was gibt es dann sonst hier noch? Es gibt dann sonst hier noch mal ein paar Rainbow-Pads und Crafting-Pads, ne? Ich kann mir das leider alles nicht gynieren, das ist das Problem. Weil ich, das ist alles zu teuer, ne? Ist leider ganz zu teuer. Wollen wir 100 Millionen sammeln für das nächste St. Patrick's-Event-Eck? Das erste, meine ich. Gut, dann sparen wir noch ganz schön 100 Klicks, ne? Wie, nö. Warte, ich glaube, du hast eine bessere Idee. Wollen wir vielleicht uns den nächsten Double-Jump kaufen und dann ganz nach oben springen? Wie, nö. Wollen wir dann Rebirth noch mehr Konz bekommen? Also sollen wir jetzt, oder nicht? Digga, Ben, du willst nicht, dass ich ganz normal farme, oder was? Wie viel soll ich das dann machen, ne? Soll ich mit zwei Double-Jumps ganz nach oben springen, oder was? Ben, soll ich mit zwei Double-Jumps ganz nach oben springen? Ist das überhaupt möglich? Okay, Ben, wenn du es sagst, dann muss es doch möglich sein, oder? Gut, Ben, dann springen wir erstmal hier ganz nach oben, ne? Dann springen wir erstmal ganz nach oben hier. Ich glaube, das ist aber nicht so möglich, oder? Bin mir nicht sicher, aber, ne? Wie easy auch ist, ne? Ich weiß aber nicht. Ja, ich probiere es einfach mal, Ben, okay? Ich probiere es einfach mal. Weil ich bekomme es ja hin. Aber du sagst, dass es wirklich sein soll, deswegen muss es ja möglich sein, ne? Weil du würdest mich ja nicht anlügen, ne? Ja, du würdest mich nicht anlügen, ne? Weil du bist ein Ehremann. Sag ich doch, sag ich doch. Du würdest mich nicht anlügen, weil du ein Ehremann bist. Ach, hier, sag ich doch. Oh, das ist ja, Ben, du hast nicht gelogen. Wir sind jetzt auf der Sky-Island und wir kriegen tatsächlich jetzt erstmal ein paar gratis Rebirths. Woran wusstest du das? Das ist ja krass. So, wollen wir aber erstmal noch darauf auf die nächste Area gehen? Meinst du, das geht auch mit zwei, äh, ja, Jumps hin? Meinst du, das geht fit, Ben, mit zwei Jumps tot zu kommen? Oder brauche ich einen dritten? Also brauche ich einen dritten, Ben. Dann gehen wir erstmal, wenn wir uns einen dritten gönnen, ne? Wenn du meinst. Dann müssen wir erstmal den dritten Jump hier, ne? So, okay, Triple Jump hier. Den dritten Jump meine ich so. Dann gehen wir wieder nach oben, ne? Drei Jumps ist aber möglich, sagst du. Gut, okay, dann machen wir das jetzt. Dann springen wir erstmal die Area hoch. So, springen wir die Area hier hoch, Ben. Kein Problem, kein Problem. Kein Problem, Ben. Oh mein Gott. So. Ja, jetzt hörst du mich auch, weil ich so schlecht bin mit Double Jumpen, oder was? Gott, hasse ich dich, Ben. Nein, Spaß, ich hasse dich, Ben. Digger, wir sind Homeboys. Wie, äh, ich dachte, wir sind Homeboys. Ben, Ben, wir sind doch Homeboys, oder? Ben, 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 wir sind doch Homeboys, oder? Gut, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, Ben. So, und das sagt, man braucht wirklich drei springen, um mich erst nicht hochzukommen, ne? Und hier haben wir erstmal auch kein Double Coin Event? Was, Bruder? Wollen wir vielleicht das 25 Millionen Hack öffnen? Vielleicht bringt uns das tatsächlich gut was, ne? Das könnte uns gut bringen, was? Das bringt man nicht. Ist Ben etwa Clicker-Simulator Pro? Ja, der kennt sich irgendwie mit den gesamten Jumps. Auch wie viele man Jumps für den gesamten Müll braucht. Voll krass, ne? Ah, Ben, darf ich jetzt mir das 25 Millionen Hack kaufen? Darf ich mir das kaufen? Also willst du, dass ich 100 Millionen einfach so sammle, oder was? Oh, ich verstehe jetzt, warum du das meintest. Weil wir uns erstmal hier diese Kiste hier gönnen können. Du bist so schlau, Ben, ey. Ja. Ja. Wollen wir uns vielleicht doch das 25 Millionen Hack kaufen, weil das macht unser Leben schon ein bisschen einfacher. Gut, okay, dann sparen wir erstmal auf das nächste Eck, ne? Auf das 100 Millionen Hack. Dann gehe ich wieder zum St. Patrick's Event. So, ich versuche mal drüber zu springen. Vielleicht funktioniert das ja auch. Meinst du, es funktioniert, Ben? Meinst du, es funktioniert, Ben? Mit dort drüber zu springen? Ben, meinst du, es funktioniert? Yes. Da muss ich dir jetzt recht geben, ne? Es funktioniert tatsächlich ziemlich gut, ne? Gut, okay, Ben, wir öffnen jetzt erstmal gleich dieses 200 Millionen Hack. Wir sind ja auch gleich fertig, ne? Krass, Ben. Das ist echt ziemlich schlau, ne? Wie gut ist denn dieses Eck hier? 11,5 K, das schlechteste Pad. Das ist ziemlich nice, ne? Vielleicht ist das auch direkt eine Krippen. Doch, das ist ziemlich nice. Oder willst du, dass wir diese QA-Pads hier unten bekommen? Willst du, dass wir die QA-Pads bekommen, Ben? Die T-Pads? Willst du, dass wir das T-Pads bekommen oder nicht? Willst du, dass wir das T-Pads bekommen oder nicht, Ben? Ja, sag doch jetzt. Willst du, dass wir das 0,19%ige... Okay, wir wollen das. Du willst es nicht, okay. Ah, nee, du willst es mir nicht sagen, weil es so ein Dingser sein soll. So eine Überraschung, genau, eine Überraschung sein soll, oder was? Gut, okay, dann fährst du erstmal hier ein Eck. Wir bekommen aus dem St. Patrick's, äh, der Eck erstmal. Den St. Patrick's Epic, ist der gut? 5,6%. Ist der gut, Ben? Der ist gut! Ben, 1,16 Millionen? Das ist sehr stark, Ben! Ja, darf ich jetzt mal die Basic B un-equip... den Earth Elemental Dog? Was mit diesem Earth Elemental Dog? Aber Ben, ich muss einen Pet un-equippen, ne? Ich muss einen Pet un-equippen, das funktioniert nicht so. Ja, das funktioniert nicht so, du hast recht, aber... Naja, ich muss den St. Patrick doch equipen. Soll ich auf den Equip Best-Button drücken, Ben? Ben, sag doch jetzt, soll ich auf den Equip Best-Button... Ben, sag doch jetzt einfach, soll ich auf den Equip Best-Button... Wir kriegen jetzt pro Klick 660 Millionen. Ben, du bist ja echt, schlau. Ben, wollen wir noch ein weiteres in St. Patrick's Day Egg öffnen? Wollen wir noch ein weiteres in St. Patrick's Day Egg öffnen? Ben, wollen wir jetzt ein weiteres öffnen? Deine Attacke, Ben. Deine Attacke. Wir bekommen aus dem Eck erstmal den Lucky Bunny. Nicht so gut, ne? Wollen wir so lange öffnen, bis wir noch ein weiteres Epic bekommen? Wie lange dann? Wollen wir öffnen, bis wir den Rare bekommen? Wollen wir öffnen, bis wir den Legendary bekommen? Bist du dir sicher, Ben? Ben, bist du dir sicher? Okay, deine Attacke. Wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du ja nur gut werden. Willkommen aus dem Eck erstmal den Leprechaun Dog. Noch haben wir bekommen, Ben. Da gibt's keine Ahnung. Wir haben erstmal den Lucky Bunny bekommen, Ben. Aus dem Eck bekommen wir erstmal den Minch Egg. Wir haben den Epic bekommen. Wie gut ist der? 4,4%. Wie gut ist der? Okay. Darf ich den Quib Best machen, Ben? Darf ich den Quib Best machen? Ben, lass mich bitte den Quib Best machen, bitte, Bruder. Ben, darf ich den Quib Best machen? Ja. Dankeschön. Dankeschön. Dann gut, dann öffnen wir noch ein paar weiterer Ecks, ne? Wir haben den Lucky Bird bekommen, Ben. Soll ich die Comments auto-delete? Ben, soll ich die Comments auto-delete? Ben, soll ich die Comments auto-delete? Das sind die häufigen Pads. Ja, die sind schon lächerlich. Ich hab's verstanden, okay? Ich weiß auch, dass die lächerlich sind. Deswegen frage ich, ob ich die auto-deleten soll. Dann halt nicht. Dann halt nicht, ne? Okay, dann halt nicht, Ben. Dann von mir aus nicht. Wir haben den Lucky Bird bekommen. Dann bekommen wir jetzt dieses erstmal. Wieder einen Lucky Bunny. Doch, haben wir bekommen, Ben. Da gibt's keinen noch. Wir haben den bekommen. Oh, wir haben St. Patrick bekommen. Hier, wie ist es nochmal? Ben, genau, Ben. Darf ich jetzt nochmal ein Quib Best machen? Wäre das möglich, Ben? Wäre das möglich, jetzt nochmal ein Quib Best zu machen, Ben? Nice. Dankeschön. Dankeschön, Ben. Doch, doch, ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr, Ben. Wir haben den Lucky Bird bekommen, Ben. Ja, ich find's auch ziemlich kacke, das Pit. Lucky Bunny, Ben. Doch, 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 wir haben den bekommen, aber ich will den auch nicht haben. Lucky Bird, Ben. Ja, ich find das Pit auch sehr lachhaft. Wir haben wieder einen Lucky Bird bekommen. Ja, ja, ich find's auch sehr witzig. Wir kommen als nächstes erstmal. Wieder einen St. Patrick, Ben. Wir haben wieder einen St. Patrick bekommen. Der ist doch gut. Tu nicht so, der ist voll gut. Ben, wir haben wieder einen Lucky Bird bekommen. Ich find's auch sehr lachhaft, ja. Ja, Lucky Bunny. So, als nächstes bekommen wir erstmal den Leprechaun Dog. Den Leprechaun Dog. Ja, ich finde auch, der ist sehr lachhaft, ja. Lucky Bunny, Ben. Dann bekommen wir als nächstes erstmal wieder einen Lucky Bunny, Ben. Ja, die Pits sind doch kacke, ich versteh schon, warum du lachst. St. Patrick, wollen wir dem vielleicht Gold machen? Ich mein, Shiny machen, Ben. Bist du sicher, dass wir den nicht Shiny machen wollen? Okay, lass mich dich überzeugen, okay? Wenn er Shiny ist, macht er wahrscheinlich 3 Millionen, und ich hätte gefunden, 1 Million. Tu nicht so, 3 Millionen ist ziemlich gut für den Anfang. Das ist ziemlich gut, tu nicht so. Okay, ich glaube, ich werde dich überzeugen. Ja, du sagst sogar, ich werde dich überzeugen. Aber hier, sollen wir noch einen weiteren St. Patrick hedgen, St. Patrick, und dann erstmal den evolfen zu Shiny? Also sollen wir den gar nicht evolfen, oder was? Bruder, okay, von mir aus? Wenn ich schade, aber okay, wir haben einen Lucky Bird bekommen, Ben. Holy Heart? Oh, die ist neu. So sollen wir die equipt? Sollen wir die Holy Heart equipen, Ben? Nicht? Ja, da haben wir 57,5 Millionen. Ben, lass mich einfach equip best, oder? Du wirst es nicht bereuen. Ben, du wirst es nicht bereuen. Vertrauen mir, Bruder. Wir sind doch jetzt so, Ben. Wir sind doch jetzt so, Ben. Wir sind doch jetzt so. Ja, und deswegen vertrauen mir, Bruder. Lass mich das einfach machen. Bruder, vertrauen mir. Vertrauen mir, vertrauen mir. Doch, vertrauen mir, Bruder. Vertrauen mir. Bruder, Hand aufs Herz und vertrauen mir. Bruder, vertrauen mir. Wir sind doch jetzt Homeboys. Du kannst mir vertrauen. Was soll ich tun? Ben, Ben, Ben. Soll ich einfach mal mein Minchig-Diddy, damit du mein Vertrauen hast? Damit ich dein Vertrauen habe, meine ich. Soll ich den Holy Heart löschen? Soll ich die St. Patrick-Pets alle löschen? Soll ich die jetzt löschen, oder nicht? Damit, äh, du mein, damit ich dein Vertrauen habe, meine ich. Soll ich die löschen, Ben? Das werde ich machen. Das werde ich machen, ja. Doch, 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 das mache ich jetzt. Das hast du schon gesagt. Aber, Ben, hab ich jetzt noch dein Vertrauen? Ben, ich hab nicht dein Vertrauen. Ben, ich hab grad vier Epic-Pets gelöscht. Jetzt lassst du mich aus. Ich hab das gemacht, damit ich dein Vertrauen habe. Ja, aber wieso hab ich nicht dein Vertrauen? Was soll das? Also, darf ich jetzt equipen? Hab ich jetzt dein Vertrauen und darf equipen? Ben, hab ich jetzt dein Vertrauen und darf die Pets equipen? Ben, hör auf, die ganze Zeit zu kotzen, oder was auch immer du da machst? Ben, vertrau mir einmal in deinem Leben. Bitte, bitte, Ben, vertrau mir einmal in deinem Leben. Ben, tu's einfach, bitte. Ben, vertrau mir einmal in deinem Leben. Hör auf, in den Chat zu schreiben und vertrau mir einfach, Ben. Sollen wir weitermachen mit dem X öffnen dann, wenn du mir nicht vertraust? Ja. Okay, Ben, dann machen wir weiter mit dem X öffnen. So, erstmal jetzt den Min-Shake bekommen. Darf ich den Min-Shake equippen? Ja. Uh, okay. Darf ich auch Equip Best machen, damit ich auch den Holy Harp equippe? Ja. Also wolltest du, dass ich drei gute Epics bekommen, oder was? Ja. Ach so, du wolltest, dass ich einfach Triple Trouble haben, oder was? Nice, dankeschön. Okay, öffnen wir weiter extra. Hoffentlich bekommen wir jetzt erstmal jetzt einen Legendary. Wir haben St. Patrick wieder bekommen, Ben. No. Doch, doch, haben wir bekommen, Ben. Doch, doch, Ben, haben wir bekommen. Oh mein Gott. Lucky bei den bekommen, Ben. Als nächstes bekommen wir erstmal den Leprechaun-Dog, Ben. Ja, ich finde auch nicht so nice der Lucky Butter als nächstes. Äh, doch, 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 ich hab den bekommen, Ben. Ho, ho, ho. Ben, hör mal, ich hab mir jetzt mit 8 zu machen. Ich brauch OP-Pads. Ben, hör mal, ich hab mir jetzt mit 8 zu machen. Ich brauch OP-Pads. Ich glaub, Ben möchte nicht, dass ich OP-Pads habe. So traurig. Das ist irgendwie, das ist natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann liken Sie, abonnierst den Kanal. Schon bei Victor 2 vorbei. Schon bei meiner Clicker-Sumulatoren-Play ist vorbei. Und schon bei Busquets 7 beim Schnapp vorbei. Ich wünsche euch einen wünschenden Tag heute. Bleib stark und ciao.